Musik Hier unser Metzgermeister Kutterer. Was haben wir jetzt hier Schönes vor uns? Hier ist der Ausbeinraum. Hier wird das Fleisch verlegt und ausgebeint. Dann kommt es wieder hier ins Kiel aufschneiden. Musik Wir kriegen eine Schlacht vom Bauerhof in Weinheim vom Herr Rauch. Der tut so einen Schlacht. Das ist ein Hof. Der hat eigene Bulle, eigene Kieche, alles selber. Und der schlacht auf dem Hof und ich hol es dann fertig. Und Sie zerschneiden das, bereiten das zu und machen das daraus, was die Leute wollen? Ausbeinen und zerlegen dann. Und verworsteln halt. Gut. Und was macht ich jetzt? Das ist immer über Nacht. Über Nacht. Umreden kurz. Und da war jetzt hier eigentlich so lange. Oh, riecht das lecker. Musik Musik Es wird jetzt gemengt und zum Teig verarbeitet und dann wird es ausgebildet und portioniert. Musik Das ist jetzt Hackbraten. Das ist Hackbraten, ja. Sie machen den selbst. Was ist da jetzt alles Leckeres drin? Fleisch, Fleisch, Eier, Rekmehl, ein bisschen Wasser, Wärts, Salz, Zwiebeln, hauptsächlich Zwiebeln. Weil Zwiebeln musst du hineinduschen. Zwiebeln geschmacklos von Hackbraten. Musik Was wird daraus gemacht? Sieht aus wie Frikadellen. Das ist über Hacksteg. Ah, nur Hacksteg. Ja. 500 Hacksteg. 500? Ja. Musik Was haben Sie jetzt Schönes vor? Ich tu das jetzt zerkleinern und dann tue ich zwölf Kilo Eis richten für den Blitz, damit das Fleisch nicht warm hat. Für den Blitz? Ja, für das gute. Ah ja. Durchs Gemüste. So ist der Fleischwurst Fleisch richtet. Ja. Halber Rings, halber Schweißnis und Speck. Und dann noch. Musik Schwindelreich. Schwindelreich. Musik Musik Wie jetzt? Brauchen wir noch. Fickse Halschneide. Die Qualität liegt auch darin, dass jetzt keine Knochen drin ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, mal eine Frage aus dieser Riesenmenge von Wurst, Fleisch, Masse. Wie viele einzelne Ringe bekommen Sie jetzt da hinten? 90. Das ist viel. 90. Es kommt eine andere Frage, wie in jedem Sinn, ob sie groß sind, also dick oder dünn und so und so. Aber normalerweise machen Sie das halt immer. Was haben Sie jetzt leckeres reingetragen? Das sind Herdespieß, Schweinefleisch gefüllt mit Schafskäse und gewürzt. Delikatisse bei Metzgerei Kutterer? Ja, gut zum Grillen. Wird auch sehr viel nachgefragt, die Hättespieße. Wir geben unser Bestes, wir machen euch alles satt. Danke. Danke.